Bei der Frage, wie kann man sich zu den Verhältnissen stellen, habe ich fünf Punkte gefunden, die ich dann versuche immer auch zu vermitteln. Also, wir müssen uns anpassen. Und jetzt, wenn ich sowas sage, ist das immer etwas, was jeder Einzelne im Grunde genommen in jeder Stunde für sich entscheiden muss, wie viel Anpassung ist hier wirklich notwendig, damit ich überlebe oder nicht verprügelt werde oder aus dem Zug geschmissen werde oder sowas. Oder die Arbeit verliere. Wir müssen Widerstand leisten. Also, dass man sich absurden Anordnungen und eben Gehorsam verweigert, Unterwerfung nicht vollzieht. Und das ist wieder eine Frage, wie viel Widerstand kann ich mir denn wagen? Wo wird es gefährlich, dass ich die Arbeit verliere oder geschlagen werde oder eingesperrt werde? Das dritte ist der Rückzug, dass man immer mal Pausen macht, ein paar Stunden, einen Tag, ein Wochenende, wo man in die Natur geht, wo man Musik hört, tanzt, meditiert, betet, was man will. Also, um sich aus dem aktuellen gesellschaftlichen, politischen Geschehen, das ein Zermürben könnte, zurücknimmt, nach innen geht. Das vierte ist die Subversivität. Ich bin DDR-Bürger, groß geworden. Es war eine Selbstverständlichkeit, dass wir auch subversiv sind, dass wir heimlich etwas machen, was nicht gestattet ist. Also, Würde zu wahren auch, indem man wertet, die man selbst für richtig empfindet, gegen Forderungen, die von oben gestellt werden, dass man die versucht zu unterlaufen, auszutricksen und so. Und schließlich das Wichtigste, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, in kleinen Gemeinschaften. Ja, also ohne Maske, das heißt jetzt nicht Gesichtsmaske, sondern soziale Maske. Also wirklich, was ja immer schwieriger und seltener geworden ist, Menschen zu haben, zu denen ich wirklich offen sprechen kann. Dass es nichts gibt, was ich nicht ausspreche. Und ich mit Menschen zusammen bin, die mich nicht belehren, die mich nicht kritisieren, die interessiert sind, meine Meinung. Aha, so denkst du es, interessant, erklär mir das mal. Ich sage dir, wie ich denke. Das heißt, man muss nicht übereinstimmen. Man kann durchaus verschiedener Meinung sein, aber man versteht sich oder bemüht sich zu verstehen, warum ich so denke und handle und der andere so. Was hat das für eine individuelle Geschichte? Und das ist meiner Erfahrung nach enorm stabilisierend, dass ich das Gefühl habe, ich darf so denken, ich kann das begründen, weshalb ich so bin und denke. Und ich erlebe Menschen, die bereit sind, das erstmal anzunehmen, vielleicht eine Frage zu stellen oder so, aber mich nicht zu belehren, mich nicht zu manipulieren. Das halte ich im Moment für das Wichtigste in diesen Zeiten und das ist etwas, wo ich glaube, das kann wirklich jeder bemüht sein, wenn es zwei, drei Freunde noch sind oder Familienangehörige, wo man dies pflegen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.